Hallo, herzlich willkommen im Lehrchengrundstudio bei L&S in Hörstel-Riesenbeck. Auch von mir herzlich willkommen aus dem Lehrchengrundstudio. Mein Name ist Stefan Wertmöller und wir möchten Ihnen in den folgenden Minuten zeigen, welche Möglichkeiten unser Studio bietet. Mein Name ist Tobias Berghaus und grundsätzlich ist das Lehrchengrundstudio eine Möglichkeit, online mit Kunden in Kontakt zu treten, die aufgrund nicht stattfindender Messen und Veranstaltungen einen Bedarf daran haben, zu kommunizieren, Produkte vorzustellen oder halt eben Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben uns im März des letzten Jahres bereits mit den ersten Streaming-Events bei unseren Kunden in deren Hallen befasst und daraus über den Sommer gewachsen ist dann im Oktober der Entschluss, dass wir das Lehrchengrundstudio Nummer 1 hier an unserem Unternehmenssitz in Hörstel-Riesenbeck einrichten und vor kurzem im Januar 21, vor wenigen Tagen, haben wir das Lehrchengrundstudio 2, in dem wir uns hier befinden, eröffnet und Stefan wird jetzt auf die Details zu diesen Studios eingehen. In unseren beiden Lehrchengrundstudios haben wir Ton, Licht und Videotechnik fest installiert. Was genau im Detail, schauen wir uns jetzt an. Ein zentraler Bestandteil des Lehrchengrundstudios ist eine 34 Quadratmeter große LED-Wand. Die LED-Wand eignet sich sehr gut für Corporate Design und verschiedene Hintergründe. Wir haben hier LED-Fluter und Moving Lights verbaut, mit denen wir relativ schnell und einfach umleuchten können. Somit können wir jeden Wunsch der Kunden erfüllen. Unsere Studios sind mit einem fundierten und guten Sicherheits- und Hygienekonzept ausgestattet. Wir haben Luftwäscher integriert, reden über eine gewaltige Luftkubatur in dieser Industriehalle und haben einfach die Fläche und den Platz, um Abstand zu wahren, was das Wichtigste ist. Und dieser Platz lässt sich kreativ für Ihre Veranstaltung nutzen. Veranstalten Sie einen Experten-Talk für Ihre Kunden oder eine Produktschulung für Ihre Mitarbeiter oder feiern Sie Ihr Firmenjubiläum als Onlineshow, gerne mit einem Bier- oder Whisky-Tasting. Auch große Exponate finden den Einzug hier ins Studio. Das ist überhaupt kein Problem. Sie können somit eine trockene Online-Konferenz durch ein plastisches Exponat deutlich aufwerten und interessanter gestalten. Und wie flexibel und wandelbar unsere Lehrchengrundstudios sind, zeigen wir Ihnen jetzt. THE END SIT Bis zum nächsten Mal. Sie planen eine Online-Veranstaltung und wir haben Ihr Interesse geweckt. Vereinbaren Sie gerne mit uns einen Besichtigungstermin der Lerchengrundstudios. Ich bin davon überzeugt, dass unsere flexiblen Studios die richtige Plattform für Ihr nächstes Online-Event sind. Sprechen Sie uns an. Und damit verabschieden wir uns aus den Lerchengrundstudios.